Hey und herzlich willkommen zu meinem neuen und sogar erst neuesten Format auf YouTube, der Road to WWE 22. Mein Name ist Enno und in diesem Format möchte ich die Durststrecke an News von 2K Games zu WWE 22 überbrücken und über meine Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche zum neuesten Ableger sprechen. Vielleicht kennen mich einige sogar noch von Twitch, denn dort habe ich ebenfalls einige Zeit gestreamt und mit WWE 20 konnte ich sogar einen kleinen Zuschauerfolg verbuchen. Aber worüber spreche ich in diesem Format ganz genau, ganz einfach. Ich lasse euch dabei teilhaben, welche Superstars ich mir am meisten im Spiel wünsche, auf welche wir wohl verzichten müssen und wie für mich die perfekte Community Creation aussieht. Nichts davon wird wahrscheinlich hundertprozentig passieren, aber man wird ja wohl davon ein perfektes Wrestling-Spiel träumen dürfen, oder? Außerdem möchte ich über meine Wunschmode sprechen und darüber, was ich überhaupt vom Universe beklärtete, denn der konnte mich bei WWE 20 über 200 Stunden beschäftigen. Was dieses Format aber noch ist, es ist ein Austausch mit euch. Ihr habt die Möglichkeit, mir in den Kommentaren eure Erwartungen, Wünsche und Ideen für den neuesten Ableger WWE 22 zu schreiben und eventuell werde ich diese sogar am Ende eines Videos als Bonus mit aufgreifen. Ich freue mich sehr darauf, die World 2 WWE 22 mit euch zu bestreiten, um am Ende dem Release entgegen zu fiebern, denn diese Straße ist erst der Anfang von was ganz Großen. Also, bleibt gespannt, macht's gut und bis zum nächsten Mal, euer Enno. 1, 2, 3, yeah!